Adhir ist ein revolutionäres Knochenleitungshörsystem. Es wird äußerlich angebracht und übt keinen Druck auf die Haut aus. Das System bietet hohen Tragekomfort. Dank seiner sicheren Fixierung sorgt Adhir für ein ununterbrochenes Hörerlebnis. Adhir ist sehr einfach zu bedienen. Der Adhir-Klebeadapter wird auf die haarfreie Fläche hinter dem Ohr geklebt. Der Adhir-Audioprozessor wird durch eine Klickverbindung auf dem Klebeadapter angebracht. Der Audioprozessor nimmt Schallwellen auf und wandelt sie in Vibrationen um. Anschließend werden die Vibrationen über den Klebeadapter auf den Schädelknochen übertragen. Der Knochen leitet die Vibrationen zum Innenohr. Dort werden sie als Schallinformationen verarbeitet. Das System ist optisch ansprechend und kann unauffällig hinter dem Ohr getragen werden. Sein einzigartiges Konzept macht Adhir zu einer einfachen Lösung, die Menschen mit Hörverlust zu einem Leben voller Klänge verhilft. Einfach aufkleben und los hören. Adhir 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 Adhir